In diesem Video ein paar Beispielaufgaben für euch zu vielfachen und vielfachen Mengen. Viel Spaß! Kurze Wiederholung. Die vielfachen Menge von 2 sieht so aus. In die Klappern kommen alle Vielfache von 2. Also 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Zustande kommen die, indem man die 2 mit jeweils einer Zahl mal nimmt. 2 mal 1, 2 mal 2, 2 mal 3 und so weiter. Ausführlichere Erklärungen gibt's wie immer im Erklärvideo. Eure Aufgabe, notiere die vielfachen Menge von 7 und 9. Los geht's mit 7. Wir schreiben ein großes V, eine kleine 7 und dann ein Gleichzeichen. Und in die Mengenklammer müssen jetzt alle Vielfache von 7. Legen wir einfach los mit 7 mal 1. Das sind 7. 7 mal 2 sind 14. 7 mal 3, 21. Dann 28. Dann 35 und so weiter. Bei der 9 genau das gleiche Prinzip. 9 mal 1 sind 9. 9 mal 2 sind 18. 9 mal 3, 27. Dann 36. Dann 45 und so weiter. Okay, der Weg ist nicht so schwer, wenn man mal rechnen kann. Wie sieht's denn umgekehrt aus? Ihr müsst jetzt bestimmen, um welche vielfachen Menge es sich handelt. Hm. 8, 16, 24, 32, 40 und so weiter. Na gut, das ist ja eigentlich ganz einfach. Man sieht, dass es mit der 8 losgeht und dann immer 8 draufkommen. Man hat also 8 mal 1, dann 8 mal 2 und so weiter gerechnet. Ist also die Vielfachenmenge der 8. Beim zweiten ist es aber echt nicht so einfach. Da geht es jetzt mittendrin los mit der 39. Dann kommt die 52 und dann die 65. Puh, daher kennt man nicht so schnell, von welcher Zahl das Vielfache sind. Wir machen aber einen Trick. Wir gucken, wie viel Abstand zwischen den Zahlen jeweils ist und dann wissen wir, wovon das Vielfache sind. Zwischen 39 und 52 sind, genau, 13. Und zwischen 52 und 65 auch 13. Das ist also die Vielfachenmenge der 13. Passt auch, wenn man's nochmal überprüft. 13 mal 3 sind 39, 13 mal 4 52 und 13 mal 5 65. Sehr gut, wenn ihr das auch hinbekommen habt. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr auf der Suche nach wirklich guter Nachhilfe in Mathe seid, dann schaut auf jeden Fall mal auf unsere Website. Da findet ihr welche. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!